Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Guild Wars 1, äh ne 2 meine ich, Guild Wars 2, warum hab ich 1 im Kopf gehabt, ich weiß es nicht, äh keine Ahnung, aber wir sind bei Guild Wars 2, ja, das ist nicht der erste Teil, sondern der zweite Teil schon, so schnell kann es gehen, und äh, letztes Mal haben wir ja hier dieses Herzchen fertig gemacht, das werde ich jetzt erstmal, äh, noch vorlesen und dann machen wir ein schönes Level ab. Eine gute Aktion. Zu lange, äh, hier ne, Hallöchen, Bram und hier, zack, äh, ich kann kaufen, ne, das kann aber jeder Kammerhändler, oder macht jeder Kammerhändler, ne, also das ist ja nicht, ne, nicht der Einzige, der das macht. Äh, Piraten rum, ja, können wir verkaufen, äh, können wir verkaufen, will ich schon. So, gut, äh, Level ab. Die Götter sind ihr Holt. Und, wir sind Stufe 57, mit 14 Heldenpunkten haben wir jetzt, äh, die Möglichkeit uns noch weiter zu verbessern. Und, äh, mit Stufe 59, bekommen wir nochmal 14 Heldenpunkte. Geil. Erstmal Heldenpunkte ausgeben. Äh, ja, nochmal hier ein. Und, und dann hier, äh, da nochmal, hier, so, ne, und hier ist dann erstmal nichts mehr, aber bei Schießkunst sind wir jetzt wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen weitergekommen, ne, hier so, oh, 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 oh. Was ist denn so ein Schlag, Eröffnungsschlag, verursacht immer kritische Treppe, ah, geil. Also, das heißt, wenn ich jetzt mein, mein Erstangriff immer krit, oder wat? Kann man, äh, durchaus schon, ach so, ich muss durch diese Ethienhöhle, oh, wieso, oh, das hätte ich mal, hm, Mist. Weil, dann, dann hätte ich das schon fast geschafft. Ich muss durch diesen Ethienweg durch, um dann wieder an diesen einen Punkt zu, zu besorgen, da. Schade, dass ich da, äh, nicht weitergegangen bin. Mist. Mist, Mist. Dann müssen wir uns da halt nochmal durchprügeln. Und hier kann ich darauf geachtet, ob man Eröffnungsschlag, also mein erster Angriff auch Krit immer macht. Muss ich nochmal gucken. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das wäre eine coole, würde eine coole Sache. So, hier bestimmt nochmal irgendwo ein Ethien hier. Gucken wir mal. Ja, Krit. Geil, ja, das ist cool. Neues Event. Oh man, genau beim Punkt ist ein Event. So, so, so ein stärkerer Gegner. Bitte. Das war überraschend hilfreich. Oh, was? Höh. 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 Ich will nicht mehr mit euch irgendwas machen. Ich bin hier weg. So. So. Hier sind wir fertig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in Richtung, äh, Herzhinterne. Das, äh, können wir gut machen. Dann gehen wir da in die Richtung. Oh, jetzt werden hier zwei sogar ausgeleuchtet. Ey, supergeil. Ja, nee, das, äh, hab ich schon, das Problem, hab ich schon gelöst. Ihr habt keinen Ärger mehr mit den Ethians. Oh, ich aber. Hä? Ich kann... Boah, ich hatte schon hier den Disconnect. Aber ich hab nicht gesehen, dass ich auf dem Boden lag. So, hier haben wir noch, äh... Das Gebiet. Ah, schön, da unten haben wir noch einen Punkt. Ja, kann man ja auch nochmal einen Abstecher machen, ne? Haben wir den unteren Bereich der Karte schon mal entdeckt, so quasi, ne? Ist das ein... Ne, der ist, äh, gelb. Robles gelb. Hier wahrscheinlich den Bereich, ja? Wolf Pfoten Schrein. So, dann, äh, da, ne? Äh. So in die Richtung. Hier muss noch irgendwo... Wieso wird man hier nicht da? Jetzt wird's... Ich möchte gerne diesen Aussichtspunkt erst mal erledigen. Und ich denke, wir gehen hier lang. Ja. Fallengreif. Aber dass jeder Angriff, äh, jeder Erstangriff krittet, ist schon eine richtig geile Sache. Das gefällt mir. Äh, wo ist denn jetzt die da... Der ist da oben. Ja, wie komm ich denn da jetzt hin? Ich nehme mal nicht an, dass ich hier so... Hm, ne? Oder vielleicht hier so an der Ecke? Hm. Man muss ja alles erst mal ausprobieren. Ne, da, da nicht. Äh, oder doch. Ich glaube eher, dass es die andere Seite ist, der Höhle. Und nicht diese Seite, weil das, äh, ist einfach... Da ist, äh... Da stimmen die Proportionen nicht so ganz, äh, irgendwie. Das, äh, kann nicht so ganz funktionieren. Obwohl die andere Seite sieht auch nicht gerade danach aus, dass es würde das gut laufen. Und, äh, Kartenwechsel müssen wir wohl mal, äh, dann vollziehen. Wobei, da kriegt man da Erfahrungsboost eigentlich. Ja. Aber nur 10 Minuten lang. Ah, aber immerhin. Ja, ne, also, äh, man sieht hier auch von der anderen Seite, sieht das nicht so ganz geil aus. Also, man kommt da auch nicht so ganz gut hoch. Das heißt, die... Obwohl, was ist hiermit? Achso, ne, das ist aber, ne? Deswegen, ich muss noch kurz... Oh, das hab ich hier aber... Das hab ich euch beide hier geholt. Na ja, also, das muss irgendwie diese Seite sein. Oh, das war die Wege-Taste. Oh, das war die Wege-Taste. Da smash ich ja immer die Maustaste, obwohl man da auch immer die Maustaste gedrückt halten könnte, damit halt der Finger nicht so doll weh tut. Aber, es ist Gewohnheit. Äh, ja, also, es ist hier die Möglichkeit, scheinbar hochzukommen. Es ist, äh... Nur wie? Irgendwie muss man doch hier so mit... Diesem Weg? Moment! Moment! Diese Gegner, die da oben stehen, die machen so einen Eindruck, als ob die da stehen, weil man da hinkann. Kommt da doch irgendwie... Wie kommt man da hin? Moment! Ich probiere mal was. Das sieht nämlich danach aus, als könnte man da hin. Moment, das ist mal Wegpunktmarke. Oh. Level up! Wir sind Stufe 58. 30 Hauptattributen und können dann hier schön nochmal so ein Siegel auswählen. Wenn wir wieder Siegel haben, ich will schon wieder dieselben Siegel. Wir machen nochmal das Siegel hier. Und in der Stufe 59, das ist das nächste Level. 14. Oh, Heldenpunkte. Kann ich das jetzt hier mal hier reinpacken? Kann ich immer noch nicht. Aber wo packen wir das rein? Einfach hier. Ich habe so den Eindruck, dass wir da hinten bei dem Herzchen hier... Hier da! Wollt ihr ein paar Jotun jagen? Äh... Ja, will ich! Äh, dass wir hier hochkommen. Und von da dann... Ah, das schöne Eisgebiet... Die Eisgebietmusik, die ist schön. Äh, wir... Äh, gehen dann hier so... Und dann, äh, ne? Und dann... Oh, hallo. Ist natürlich die Frage... Ähm... Muss ich jetzt am Felsen lang gehen? Oder muss ich da hinten so rumgehen? Ich denke mal da hinten rum. Ähm... Oh, Brüder... Veteranengegner, ey. Kannst nicht mal... Wobei... Man kann auch hier lang. Ein kleiner Geheimtyp. Moment, ich mach die jetzt mal hier fertig, dann kann ich mich in Ruhe umsehen. Damit nehme ich da auch noch ein Champion-E-Team. Das ist natürlich auch nicht so schön, ne? Da haben wir da noch ein bisschen Gesellschaft beim Auskundschaften. Wie wir diesen Punkt uns besorgen können. Das ist echt doof. Das gefällt mir gar nicht. So, Du ist auch noch hier. Und Du auch noch. Da ist der... Der Punkt. Kann ich jetzt von hier eigentlich, äh... Den so runterkicken? Er bleibt am Rand hängen. Okay, alles klar. Und da fliegt eine Luft. So. Ähm... Ne, man könnte natürlich versuchen, nie so hoch. Aber ne. Äh, ich denke mal... Ne, man muss schon von da irgendwie. Man kann nicht von hier. Moment, so. Oh, das... Nein, na gut. Das hat doch nur von... Oh, ich hab's abgebrochen. Ich wollte nicht die Raupe noch mit in den Kampf holen. Aber gut. Alles nochmal gut gegangen. Veteran E-Team. Ist das der? Ne, es ist ein Champion E-Team. Und er wird gerade auch bekämpft, weil er hat Leben verloren. Aber man kann als, äh, als Jäger, oder naja, Jäger ist ja eher, was ist das Weltläufer? Ist das ja hier? Äh, kann man die Veteranen, die Gegner, wenn man einen hat und nicht mehrere, oder nur einen hat und keine anderen normalen Gegner noch um sich herum, kann man die ganz gut mit seinem Tier, äh, töten. Weil das Tier, das halt, dem Gegner ja halt hängt und man selbst ja keinen Schaden bekommt. Und das Tier scheinbar uns sehr viel aushält. Finde ich gut. So, unsere Feier des Tages. Fuck you. Erstmal nochmal hier ein bisschen... Veteranen E-Team. Ah ja, die kämpfen mit den Veteranen... Oh, die ist nämlich hier wieder... Ne, weil die kämpfen da ja noch ganz schön... ...fleißig gegen die Champion E-Team und, äh, währenddessen bin ich da. Mal dazugekommen einfach und mach jetzt da mit, weil ich ganz alt... So. Was ist das hier eigentlich? Ist das... Äh, schade. Schade, 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 schade. Nichts für mich. Ich kann ja mal meine zwei Fähigkeiten vom Kierchen einsetzen. Oh, und nochmal. Oh, das hat weh getan. Wir kriegen den... Ist das eigentlich nur ein Spieler da, der das macht? Wer jetzt alleine macht? Naja, kann man machen, ne? Vermöcher! Wohin. Ja! Ja! Bist pandemia! Ja! Ja! кошkä Mann! Oh! aber relativ einfach wirklich nur einen spieler der ganz alleine gemacht hat wie wir leben haben da kann ich nicht einsehen schade also schon respekt das ist ja nicht unbedingt wenn wir das dann kommen wir ach nee da kommt noch ein anderer wahrscheinlich war auch noch ein anderer dabei oder der war tot und wir haben es nicht bemerkt und der hat sich wieder belegt das kann sein der kann echt gestorben sollen habe ich jetzt nicht so darauf geachtet ja genau unter uns vorne wieder ein paar ne hier so gegner ja alles klar und ja es sind sogar zwei veteranen die einfach die frage ist natürlich jetzt wie kann man von hier jetzt zu dem punkt so eine qualige truhe gruppen event und so dann bekommt man immer schon was schönes aus der truhe wahrscheinlich ist das echt her ich verstehe nicht wie man da hinkommt momentchen mal du wirst mir jetzt zeigen wie es hier lang geht da hat jemand das rüber geschafft wie geht das zeig mir das mal ich gucke jetzt mal mit komm schon ich bin echt ein bisschen blöd ne wie man darüber kommt ah nee moment ich sehe es ich sehe es oder oder habe ich es falsch gesehen ne man kann hier wirken ja genau man kann hier so lang lang gehen ja alles klar aber das konnte man halt also man konnte es halt nicht direkt sehen man konnte halt nur sehen dass da so ein paar steine lagen die halt so zum kleinen quasi weg der so typisch ist für solche klettersachen für aussichtspunkte dass da so rumlagen und dann dachte ich okay alles klar das muss es halt sein das muss es sein da muss man irgendwie und dann war und ich will nicht bei den greifen sein hier kommen zack hier unter da muss man irgendwie hinkommen da über und meine mama jagt besser als deine mama niemals meine mama spürt falken selbst an wolken tagen auf und deine mama die stöpert über das wlan kabel gut hier nochmal erkunden und dann würde ich sagen ja gut dann würde ich sagen hier haben wir noch einen punkt den holen muss natürlich gleich mit und dann haben wir unten ganz gut schon mal erkunden 25 prozent ist schon meine leistung jo tun auf geht's kann man jetzt immer wieder ein bisschen was ein bisschen was reißen ein bisschen hier fortschritt ein wenig die welt retten indem wir ein wenig herzen missionen machen um uns zu leveln um dann die welt noch mehr zu retten denn aktuell bedroht seitan für uns die welt seitan muss vernichtet werden das läuft wirklich ganz gut ja 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 so sagt ihr häuptling sollte direkt vor uns sein hinter uns kann er sicher nicht mehr sein nein und da ist bestimmt hinter uns nicht dass die sonne in der hölle fähigkeit dafür reiße ich euer lager das ganze nicht wenn du tot bist tschüss ich sehe einen stein mit dem die quagern auch schon sehr viel gemacht haben mit dem die quagern auch schon sehr viel gemacht haben so jetzt brauchen wir noch mal hier kurz so ein oder zwei Jutun und dann äh haben wir äh nein der sponnet noch neben uns einen Jutun brauchen wir nur äh Gut geschlagen, gut geschlagene Schlachten. Ich habe gehört, was ihr bei dem Kämpfen nördlich von Vanjus Ruf gegen die Jutun geleistet habt. Die anderen Krieger sprechen von nichts anderem als eurem Mut auf dem Schlachtfeld. Hätte ich doch dabei sein können. Seit ihr die Wurmhügel zerstört habt, werden wir von den Ungeziefern nicht mehr abgelenkt und können uns besser auf die Jutun konzentrieren. Weidmanns Heil. Ich habe zwar keinen einzigen Wurm getötet, aber gut, wenn du meinst, dass ich damit auch das Wurmgeziefer von euch fernhalte, dann alles klar. Warum denn nicht? So, jetzt wird mir angezeigt, dass ich diese machen soll. Ich bin hier unten, glaube ich, aber auch fertig mit den Punkten, ne? Alles klar, dann kann ich mich auch gleich zu dem Punkt her teleportieren. Den habe ich nämlich ja auch schon, weil ich da ja vorbeigegangen bin. Ist das nicht gut? Ich kämpfe die Zerstörer und lasse die Bauer anstürzen. Zerstörer! Da habe ich schon mal ein paar Zerstörer zerstört. Und ich glaube, ich mache bei dem Event hier gleichzeitig auch mit. Dann erstmal Herzchen-Missionen fertig machen und gleich auch noch ein Event. Das bringt doppelte Erfahrung. So muss das nämlich. So muss das nämlich. Alter, was hier abgeht. Zerstörer! Noch mehr Zerstörer! Hilfe! Alter, was brüht da alles? Ist das schon nice, ne? Oh, wir müssen uns ein Teuerjagd mit... Mitgepult! Kein Problem! Nehmen wir auch mit! Ich brauche immer noch ein paar Zerstörer... Noch ein paar Zerstörer. Beschwörungszeit. 18 Sekunden. So, damit ist das Zerstörer schon mal fertig. Dann fehlt nur noch... Das Event. Das Event ist auch fertig. Ja, vielleicht kommt jetzt noch so ein Riesen-Boss-Vieh hingeflogen. Kann ja sein. Wer weiß. Weil die stehen hier alle noch rum. Als wüssten die, dass gleich noch was kommt, aber... Aber scheinbar nicht. Okay, dann gehe ich mal wieder in sichere Gefühle. Jetzt mal hier hin. Da ist zumindest Sicherheit. Da kann man dann erstmal das Herzchen-Gedöns hier vorlesen. Ein Gewau... Eine Gewalt... Das... Eine gewalttätige Bedrohung. Genau. Eine allgegenwärtige Bedrohung. Die Zerstörer am Schwingenpass konnten überwunden werden. Nicht zuletzt durch eure Unterstützung. Dieser kleine Sieg gab aber... Ne, gab der Abtei. Zwar Zeit, ihre Kräfte neu zu sammeln. Aber die Zerstörer werden wiederkommen. Solange Primo Dus erlebt, werden wir keine Ruhe finden. Vielleicht werdet ihr... Ne, werdet ihr das alles... Eines Tages beenden. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid. Und würde euch auch diese Großteil...